Und ich habe gerade eine spontane Idee gehabt, weil der Peter das gerade ansprach. Wollte ich für Peter jetzt und für euch natürlich einen besonderen Song spielen. Den wir nicht können. Ja, die können ihn nicht, aber den lernen sie jetzt. Das kann man wunderbar lernen, den Song ist fast nur Blue-Schema. Achso. Lassen wir die erste Runde einfach alleine spielen und dann steigt er einfach wieder in den Augen. Aber E-Dur. E-Dur ist richtig. Keine Ruhe. Ich wundere mich, sie sagen immer, wie erkennt man das Fein? Erkennt man das Feines nicht? Aber die kennen Heartbreak Hotel-Leber. Ja, das ist richtig. Und ich war da immer für voll thờiidender themedeln. Schein Chrimento5-Leber und zum Beispiel Ich war sie so hypothetache. Ich war sie bei dem Ich war sie bei ihnen. Ich war sie bei ihnen. Ich war sie bei ihnen. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Auf Wiedersehen, der ist Köstlich! Klasse, Herr Apfelkotel! Ich habe es gerade noch vergessen zu sagen, heute ist ja leider der Wolfgang nicht da. Ich bin sicher, es ging ihm nicht so gut, es wäre auf jeden Fall heute Abend hier gewesen. Und ich wünsche ihm, und das geht uns wahrscheinlich allen so im Namen der Band, wünsche ihm gute Besserung und hoffe, dass er bald wieder hier ist. Wir machen noch einen flotten Rock'n'Roll-Song. Und dann schicken wir euch mit einer schönen Ballade in die Nacht. Und ich würde mich dann freuen, wenn wir uns vielleicht den nächsten hier im Top Post wiedersehen oder auch woanders. Es soll nämlich noch spielen sein, ein alter Rock'n'Roll-Klassiker, der bestimmt auch schon mal im Rockpalast gejammt wurde. Den haben sie alle mal gespielt. Hold on the shaking, going on! When I travel, 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 I travel, you know it and go long. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017